Wir haben jetzt die Möglichkeit von 25 Cent bzw. von 31 Cent insgesamt zu double, wenn wir das hier holen. Wir skillen uns jetzt einfach das Money. Alright, cool. Alright, nice. Wir haben reingelackt. Jetzt gehen wir all in. Jetzt geht er mit und hat einen Ass. Bro, come on. What the fuck? Oh my god, holy shit. Das war die beschissenste Runde ever. Oh man, jetzt haben wir nur noch 6 Cent. Wir müssen wieder auf 25 Cent hochkommen. Wir machen einen fucking Spin in irgendeinem verfickten Bastardslot. Okay, was ist hier der Minimum Einsatz? Oh my god, ist das Aids. Okay. Das ist unglaublich cringe. Ich hasse das Slot so sehr. Es ist der unglücklichste Shit ever, come on. Let's go, wir haben 6 Cent gewonnen. Wir haben 1 Cent Profit. Let's go. Und wir haben nix mehr. Cool, jetzt haben wir 1 Cent. Scheiße. Och man. Ruf Dominik an. FaceTime. Äh, kurze Frage. Ähm, hast du ne EC-Karte? Ich bräuchte 100 Euro.